Kommt noch einer. Auge? Augen! Die Sau, die. Der wird der Weg zur Höhle ja schon anstrengend, ey. Sauber. Jetzt hier nicht reinfallen. Ne. Laut der sichere Tod. So. Ah, ein Forns da und jetzt geht's los jetzt hier. Lustige Höhlenabenteuer. Ein Zombie noch. Warte, der will unten her. Vielleicht sollten wir das Wasser bald hier unten in diese Höhle ablassen. Ah, ah, ah. Ah, warte. So. Ne, warte, da war nix, ne? Hier war das. Ne, warte, ging es hier weiter? Ne, okay. Okay, dann müssen wir da runter, ja. La, la, la. Ein roter Blob. Ein roter Blob. Ich hab schon wieder U gemacht. Ach, fuck. Ach, fuck. Ach, fuck. Ach, verdammt. Apropos, hier ist Kuppa. Guck mal. Nehmen wir doch noch mit jetzt hier. Ja, klar. Ganz klar. Da kommen gleich Zombies runter, das hört sich sehr stark an, ey. Ja, ich glaube auch. Und ich hab noch nimmer das Material, weil ich da irgendwo zubauen kann. Ne, ich hab noch, ich hätte genug Steinen dabei, warte, ach. Ah, jetzt. Von links hab ich da drauf. Ja. Alle. Ich wollte aber trotzdem rüber da, ey. Voll nervig so. Ich pass auf, jetzt ist ja bestimmt alles hier. Ne, ne, da kannst du, da jetzt ist erstmal gleich alles, aber du kannst dich da durchgraben. Du kommst direkt in die nächste Höhlen ab zwei. Ja, ich will da oben ne Fackel hin machen, genau. So. Und da unten ist Zeugs. Hier baut du mal ab. Ich hol eben einmal Luft. Und dann komme ich. Ja, Silber, ne? Ja. Und da haben wir noch einen Topf da rechts. Ja, sauber. Okay, jetzt hoch jetzt hier. Ups. So, jetzt kannst du dich da durchgraben. Da müsste jetzt einiges hoffentlich dann kommen. Ah ja, stimmt. Da rechts. Lalala. Doppelt geht besser. Mit wieviel Leuten kannst du dann eigentlich spielen? So viel hat, oder? Du kannst mit soviel Leuten wie du willst spielen. Hauptsache der einen Server hält da durch. Ach so, krass. Ja. Ich hab den Blink. Ach so, der kackt hier wieder. Das sind die Sachen, die ich dazwischen eingepflanzt hab. Zwischen unseren Häusern. So, hier unten sind drei Töpere. Ne, vier sogar. Welche Potions hast du gefunden, glaub ich? Oh, leuchtest du nochmal? Äh, wir können da unten graben, ja. Und dann soll ich mal gucken, dass wir relativ schnell wieder rauskommen. Oh ja. Das ist ja krass, was hier abgeht, ey. Einfach nur alle voll mit Wasser. Ich leuchte mal eben jetzt den Weg aus. Das ist einfach ein riesiges Unterwasser-Abenteuer hier gerade. Ja. Ah ja, ich hab ja auch Glowy-Dinger. Glowy-Dinger. Okay, da unten ist ein Top. Oh, warte. War nix drinne. Na, Copper-Coin. Das bräuchte langsam wieder Luft. Okay, bau dich da gleich mal hoch, weil da oben links ist es Silber. Und dann gucken wir mal. Ansetzen gehen wir gleich weiter runter hier, ey. Das ist ja auch mal cool. Eine Höhle, die komplett geflutet ist. Das ist auch mal ne Herausforderung gerade, ey. Ich hör'n Wurm. Unterwasserwurm. Ha. Ja, sauber. One-Hit, ey. Crit. Criddly-Diddly. Mach mal, mach mal Glowstick, bitte. Warte, ich hol' gerade ein bisschen, ähm, Zeug zum Bauen. Ja, okay, das hätte ich sonst gemacht. Wenn du Glowstick machst, bau ich. Achso, oder so. So. So, sollte reichen. Oh, schon Tag. Schon Tag. Du schaffst es. Ja, ich hab's noch geschafft. Wie immer. Zack. Ah, verdammt. Ja, ich baul's hoch. Komm, spring mal ne Runde. Warte. Wie du wieder alles selber machen musst, ey. Wah, ha, 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 ha. Oh, schade. Ich hab' mehr erwartet. Eeeeh. Kommt gerade. Da unten in dem Wasser-Ding noch. Ich geh' jetzt hier runter, ist jetzt egal. Ob da jemand ist. Nee. Oh, Eisen ist da unten. Ja. Aber das ab... Das wird jetzt scheiße. Warte kurz. Äh. Muss ich beeilen. Bau nach oben, Bau nach oben, Bau nach oben. Irgendwann irgendwie so. Höher, 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 höher. Oh ja. Oh, Luft. Na, jetzt bau da ne Fackel hin. Achso. Gute Idee. Ah, jetzt. So. Lalalala. Wir brauchen Eisen. Brauchen wir in der Tat. Oh. Aber die kleinen Luftlöcher sind geil. Ja. Die machen das echt einfacher dann. So. Ich glaub das war's schon mit der Höhle, ne. Na, noch ist nicht. Warte, da unten ist noch Kupfer. Ja, ich seh' schon. Aber da tu ich mir nicht an jetzt, hier unter Wasser. Das kannst du nicht machen. Da krepierst du bei. Na, noch ist ja nix vorbei. Noch ist ja... Vielleicht äh... Finnmeerort hier. Oh. Boah. Na, jetzt. Komm her. Oh, verdammt. Glowstick. Alala. Ich brauche Luft. So. Hier sind ungefähr 300 Viecher gerade, hier oben. Alle Farben. Die Regenbogenblobs. Der hat den Glowstick fallen lassen. Ja, der andere gerade auch. Hier geht's weiter. Vielleicht noch ein bisschen. Ich hab dir hier den Fusch genommen? Wollte ich gar nicht. Vielleicht ist da unten irgendwas oder so? Warte, ich guck mal eben. Ne, ne? Ne. Leider nicht. Oh, ich hab nur noch drei Blasen. Oh. Ich auch. Oh. Oh. Das Leben lässt schon langsam nach von mir. Oh oh. Oh. Super. Boah. Ich hab übrigens noch 34 live gerade. Ich 53. Das war sehr knapp. Haha. Das war's in der Tat. Das Leben geht dann rasant schnell runter. Brauchst du da mal nen Turm hoch oder sowas? Oh, da hinten die Dinger sollten wir platt machen. Das sind Glowsticks pur. Oh nein. Oh nein. Ich geh erstmal zurück. Hol mir Luft da ey. Oh. Ich hab nicht wirklich. Ich hab nicht drauf geachtet. Ja. Ich werd jetzt auch sterben. Und. Blap. Er ist offen. Das war auch nicht schlecht. Freaky hat vergessen zu atmen. Haha. Haha. Sollen wir dann nochmal unsere Standard Töne nehmen? Ähm. Joa. Ich mach mal eben unsere. Night Owl Potion. Night Owl Potion. Okay. Die hast du ja auch. Die mit Night Vision. Was ist denn ein Shackle? Weiß ich nicht. Den kann man anziehen. Hab ich. Okay. Einen. Einen Defense. Ja. Super. So ich geh schon mal nach unten. Nimm die Scheiße hier weg. So. Ich komme. Ich hab jetzt nochmal eine ganz andere Idee. Ja. Ich grab mich jetzt hier einfach nach links ein Stückchen. Und ähm. Einfach so ein Stückchen nach links graben. So eine Art Gang bauen. Und dann da irgendwo weiter links da unten graben. Einfach mal jetzt mal sturz zwei Minuten nach links graben. Ja ich guck auf die Uhr. Lala. Oh geil. Ach. Du hast schon geguckt was? Nö. Eigentlich jetzt nicht. Da oben ist auch noch was gewesen. Aber. Ja stimmt. Aber hier gehts noch runter. Tatsache. Geil. Glückgrab ne? Ja. Ach. Bau dich doch da hoch. Grab dich nicht durch da. Ach Gott. Meinst du hoch ist besser? Ja. Ja. Musst du wissen. Mir ist ja der Ratte. Ey. Hier kommt so ein scheiß Blob hoch. Warte mal. Die Sau die. Okay. Jetzt wieder Wasser und Sand. Wasser und Sand. Super Mischung. Hört sich matschig an. Mh. Ja. So mega weit kommst du jetzt hier glaube ich nimmer. Ja. Ich komm mal runter. Ah. Luft. Dann ist ja grad ein bisschen scheißig auch wieder. So mega cool ist das jetzt hier gar nicht. Mal testen. Oh mein Gott. Das kann man aber relativ vergessen hier ey. Selb. Aua. 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 Das war der Sand. Das war der Sand. Ne. Ich glaube das ist ein bisschen zu viel. Ah. Ich guck mal noch ein Stückchen weiter jetzt hier aber. Ich trau mal an das gute Menschen. Vielleicht hörte der Scheiße jetzt mal gleich auf mit dem Sand. Aber unter dem. Oh. Unter dem Stein können wir ja gut runter aber. Kupfer. Jetzt ist der. Na gut. Kommen wir vergessen glaube ich mal. Ach wo warten? Da oben ist Kupfer. Moment. Kupfer. Oh nein wenn mein Telefon geht. Ja willst du sonst rangehen? Nö. Nö. Lass ich nochmal zu. Das ist GLP übrigens. Hä? Das ist mein Bruder. Der ruft gerade an oder was? Ja. Er ist unsichtig. Ja wenn wichtig ist ruft er nochmal an. Der wohl schon wieder will der. Vor allem um die Uhrzeit. Was will der denn? So ne unmenschliche Uhrzeit um 22.30 Uhr. Lala. Oh da oben. Höhle. Ja. Da ist was. Und ganz links blinkt schon was. Da leuchtet auch wieder was. Ich glaube wir sehen gleich viel. Sauber. Mhm. Na immerhin. Da ist sogar so ein irgendein blauer Edelstein wieder. Ah. In der Tat. Ja. So viel. So. Oh. Wir sehen nichts. Ey geil. Höhle. Oh da ist irgendwie ein. Schaden genommen. Silber. Klopf. Klumpfen. Klumpen. Ein Silberklumpen. Ein Silberklumpen. Los. Durch. Ba ba da ba 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 ba. Stirn. Endlich mal wieder eine ordentliche Höhle jetzt hier. Geil. Na deine Idee war ja doch nicht so schlecht. Ich bin ja auch super. Und ich glaube ich jetzt hier durch ey. Bis zum nächsten Mal.